Die Mannschaft des Buxtehude SV traf sich heute nach der Sommerpause zum Trainingsauftakt für die neue Saison. Die Spielerinnen wirkten erholt und es gab viel zu erzählen. Ja, also die Sommerpause haben denke ich mal alle, inklusive mir, super genossen. Es waren jetzt sechs Wochen, die man einfach mal abschalten konnte. Wir haben mit der Abschlussfahrt halt nach Mallorca die Saison wirklich gut ausgehen lassen, hatten da viel Spaß. Es waren fast alle dabei und dann hat jeder so ein bisschen was für sich gemacht mit seiner Familie, und mit seinem Freund waren im Urlaub. Wir waren jetzt in Thailand. Das war natürlich echt eine tolle Erfahrung, drei Wochen mit dem Rucksack. Und dann galt es natürlich auch, sich gut auf die Vorbereitung vorzubereiten. Wir haben alle einen schönen Trainingsplan und ja, ich denke, dass alle fleißig waren und jetzt freut man sich dann auch schon langsam so wieder sich zu bewegen. Auf dem Programm stand in erster Linie Fitness und Trainer Dirk Leun nahm keine Rücksicht, sondern zeigte seinen Spielerinnen, dass es nun wieder voll zur Sache geht. Mit an Bord waren auch die Nationalspielerinnen Stefanie Melbeck, Friederike Lütz und Jana Krause, die letzte Woche noch an einem Nationalmannschaftslehrgang teilgenommen hatten. Ja, der Lehrgang war eigentlich ganz okay, hat Spaß gemacht. Wir haben auch zwei Spiele gemacht. Es war natürlich ein bisschen komisch, nach den Wochen der Sommerpause gleich jetzt mit dem Handball wieder anzufangen. Aber gut, es ist ganz gut gelaufen und jetzt hier, ich freue mich einfach, die Mädels wieder zu sehen und ja, wieder halt täglich einfach mit ihnen zusammen zu sein. Zwischen dem komplett zusammengebliebenen Kader des letzten Jahres gab es aber auch ein neues Gesicht zu begutachten. Marcela Dehn. Ja, ich war ein bisschen nervös, weil du kennst gar keine Leute, aber die sind alle nett und hat mich gefreut und hat mir gut gefallen. Nach der Laufeinheit ging es dann weiter in die Halle zum Live-Kinetic-Training mit Trainer Sven Völker. Live-Kinetic ist eine besondere Trainingsmethode für Selbstwahrnehmung, Spüren von Veränderungen, Lösen von Blockaden, Leistungssteigerung, Atemtechniken und Bewegungskombinationen. Die Mannschaft war engagiert und hatte eine Menge Spaß bei den außergewöhnlichen Übungen. Für viele war es eine ganz neue Trainingserfahrung. Ja doch, ich glaube für viele war es echt Neuland. Also klar hast du dich vielleicht schon mal bei YouTube informiert, aber ich fand es unheimlich anstrengend, weil es unheimlich viele koordinative Abläufe sind, wo du echt so ein bisschen dein Gehirn einschalten musst, um dem Ganzen zu folgen. Und ich glaube, heute war es schon sehr anspruchsvoll das erste Mal und ich glaube, das war echt die easyste Stufe. Und da müssen wir ein bisschen was tun, dass das auch wahrscheinlich noch besser wird. Alles in allem war es ein gelungener Trainingsauftakt und alle Spielerinnen sind heiß auf die neue Saison. Natürlich freue ich mich, dass die Saison wieder losgeht. Alle Mädels wieder zu sehen nach fünf Wochen oder sechs Wochen. Und ja, die Saisonziele sind, dass wir uns natürlich weiter da oben etablieren und hoffentlich wieder so eine gute Saison spielen, was natürlich sehr, sehr schwierig wird, weil andere Mannschaften sich enorm verstärkt haben.